Ja, wir sind heute in Heiligenhaus beim Panorama-Weg-Lauf und diesmal machen auch mindestens drei Mitarbeitende beim Kreis Mettmann mit. Unter anderem auch Simon, den ihr schon aus den Teaser-Videos kennt, der fleißig Werbung gemacht hat. Und ja, ich gebe einfach mal das Mikro jetzt weiter an Simon. Ja, willkommen zum Panorama-Weg-Lauf. Für mich der erste Lauf dieses Jahr bei wunderschönen 30 Grad. Ich freue mich, dass ich nicht allein laufen muss, sondern zwei deutlich erfolgreichere Kollegen, Kolleginnen dabei habe, die euch ein bisschen mehr dazu erzählen können. Ja, hallo, ich bin der Marc und für mich ist das der fünfte Lauf dieses Jahr beim Neanderland Cup. Ich habe aber vorher schon dreimal den Neanderland Cup gefinisht. Hi, ich bin Laura und ich bin, glaube ich, auch heute zum fünften Mal dabei. Mein wievielter Neanderland Cup, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich bin immer gerne dabei, weil es ein sehr schönes Event ist. Drei, zwei, eins, los! So Simon, also meine letzten zehn Kilometer sahen aus mit einer Bratwurst, einer Waffel und einer Cola. Wie sah das Ganze denn bei dir aus? Ja, bei uns ging es zum Glück die letzten Kilometer bergab. Temperatur war ganz gut, es war zwar warm, aber ein bisschen Schatten und auch meine Bratwurst freue ich mich jetzt auch sehr. Der Lauf war wie immer schön schrecklich, für mich ist Laufen echt irgendwie so eine Hassliebe und ich freue mich immer am meisten über das Obst und die kühlen Getränke im Ziel, die waren super. Ja, hi, ich bin auch im Ziel und bin ein bisschen enttäuscht mit der Zeit, aber ich habe es geschafft und im Ziel gab es den leckersten Apfel der Welt. Ja, ich bin auch im Ziel.